Ein neues Video von Holger Kreimeier, also MassengeschmackTV, zum Volksverpetzer. Ist der gemeinnützig? Also ist er nicht mehr, aber Volksverpetzer möchte anscheinend eine Extrawurst. Ja, eine Seite, die sicherlich mit aller Kraft dafür kämpfen wird, dass Friedrich Merz nicht Bundeskanzler wird, ist die Seite Volksverpetzer. Und siehe da, denen ist nun plötzlich die Gemeinnützigkeit entzogen worden. Woran könnte das wohl liegen? Warum wird denn die Gemeinnützigkeit... Ich kann es nicht denken, das sind doch eigentlich so objektive Faktenchecker. Die checken doch nur die Fakten, objektiv gesehen. Warum sollte man denen die Gemeinnützigkeit erziehen? Ich weiß ja nicht. Und ganz ehrlich, ich habe gar nicht gewusst, dass die überhaupt gemeinnützig sind. Geschäftsführer Thomas Laschig jedenfalls versteht die Welt nicht mehr. Ende April erreichte uns jetzt aber das Schreiben, dass wir ab dem 23. April keine Spendenquittungen mehr ausstellen dürfen. Und man uns rückwirkend bis 2021 die Gemeinnützigkeit entzieht. Und uns somit Nachzahlungen in einem hohen 5-stelligen Betrag erwarten. Warum? Das wissen wir nicht so genau. Unsere... Mh... doch. Also ich würde einfach mal leugnen, dass sie es nicht so genau wissen. Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Typ? Mit wem redet der Typ? Danke für den Sub auf Stufe 1 im ersten Monat. Ein neues Sub hier. Sehr wichtig. Vielleicht komme ich dann endlich mal irgendwann in das Plus-Programm hier rein. Mir fehlen dazu aktuell noch ungefähr ein Drittel der... Also ich habe aktuell ein Drittel, um ins Twitch-Plus-Programm reinzukommen. Von Beginn an unveränderte Satzung soll unter anderem nicht mehr den Anforderungen entsprechen. Bei der letzten Anfrage im September 2023 war das im Übrigen eigentlich noch kein Problem gewesen. Volksverpetze ist zu 100% durch Crowdfunding finanziert. Und diese Entscheidung... Das macht es eigentlich nur noch trauriger. Es gibt Leute, die sich so denken, hm, wohin spende ich mein Geld? Und... Ach, was haltet ihr... Volksverpetze, das wäre doch eine gute Idee, oder? Volksverpetze, ich glaube, dahin spende ich es. Die können das wirklich gebrauchen. Objektive Faktenchecker. Keine Demokratie ohne Fakten. Die von Faktencheckern gefaktcheckt werden müssen. Und jetzt kostet uns nicht nur jede Menge Geld. Auch von dem zukünftigen Support bleibt jetzt viel weniger übrig, um unser Engagement im Kampf gegen Desinformationen und die Feinde der internationalen Gesinnung möglich zu machen. Wir können jetzt dann... Die Feinde. Also, wirklich... Wo gibt es eigentlich den Volksverpetzer, um die Desinformationen vom Volksverpetzer zu factchecken? Also, wir bräuchten so einen Volksverpetzer-Verpetzer. Das wäre doch eine Idee. Viel weniger machen als vorher. Wir dürfen aber weiterhin Spenden annehmen, nur noch keine Quittungen mehr ausstellen und, ja, müssen mehr Steuern darauf zahlen. Ja, Junge, das müssen wir auch. Und andere Medienseiten müssen das auch. Über Medien, Krautreporter und man könnte noch viele weitere nennen. Warum glaubt er denn bitte, mit Volksverpetzer sich quasi eine Extrawurst braten zu können? Wie kommt der zu dieser Annahme? Also, das finde ich schon bemerkenswert. Gemeinnützigkeit. Ja, was bedeutet das denn? Das bedeutet ja im Grunde, Menschen zu helfen, sich einzubringen, sich sozial zu engagieren. Volksverpetzer betreibt Journalismus und der ist nun mal nicht gemeinnützig. Wobei, Herr Laschig, das gerne... Ja, also vor allem Volksverpetzer, ich sehe ja den Grund dafür, warum man irgendwie Fakten checken muss und so weiter, klar. Der Punkt ist halt, du musst ja nicht mal lügen, um trotzdem kein objektiver Faktenchecker zu sein. Es kommt ja nur immer darauf an, welche Facts du wo checkst und welche du halt mal nicht checkst. Das ist ja dann zwar auch nicht direkt gelogen, aber natürlich auch nicht mehr neutral oder gemeinnützig. Das ist ja der ganze Punkt. Wenn du jetzt wütend sein solltest, dass jemand wie Volksverpetzer nicht gemeinnützig sein sollte, aber zum Beispiel eine Partei wie die AfD Millionen vom Staat bekommt, dann... Genau, also die AfD, muss man nämlich wissen, gemeinnütziger Factchecker und ihr, also Volksverpetzer nicht. Also die haben natürlich ihre Gemeinnützigkeit, weil sie so gute Factchecker sind, oder? Ah ne, das ist eine Partei eigentlich, die halt nun mal das Geld bekommt, was eine Partei bekommt. Komisch. Warum dürfen die das und der Volksverpetzer nicht? Ich habe keine Ahnung. Wo könnte hier der Unterschied bestehen? Ich finde, der Volksverpetzer sollte eigentlich einfach eine Partei machen. Die Partei der Fakten. Richte deinen Protest bitte nicht gegen das Amt. Bitte. Die machen nur ihren Job. Stelle deine Forderung lieber an die Politik. Denn das Amt hat auch gesagt, dass... Also dieser Vergleich ist legit so dumm. Eine Partei mit Volksverpetzer zu vergleichen. Es ist so dumm. Arbeit zu nah an der von Journalisten sei. Und bis jetzt gibt es noch keinen gemeinnützigen Journalismus. Die Ampel aber hat in ihrem Koalitionsvertrag erklärt, dass sie endlich die überholte Gemeinnützigkeit in Deutschland reformieren wollte. Unter anderem wollten sie den Förderzweck des Geme... Ja, hat sie aber nicht. Das ist nicht passiert. Das ist nicht das, was aktuell Recht ist. Geltendes Recht. Klar, man kann sich da irgendwelche Vorsätze aufschreiben. Ändert nichts daran, was geltendes Recht ist. ...einnützigen Journalismus einführen, mit dem wir, wenn es ihnen denn jetzt schon gegeben hätte, vielleicht noch mehr Rechtssicherheit gehabt hätten. Doch leider ist bis jetzt nichts passiert. Ja, ich hoffe, da wird auch nichts passieren. Gemeinnütziger Journalismus... Finde ich ehrlich gesagt auch von der Idee her schon. Vielleicht gibt es auch gute Argumente für, aber instinktiv klingt das schon ein bisschen komisch. Also Journalismus, der vom Staat und von Steuergeidern abhängig ist, das will er ernsthaft haben? Also ich glaube, er hat das nicht zu Ende gedacht. Na, ich kann nur sagen, schönen Dank. Ja gut, natürlich, Volksverpetzer klärt vor allem über die AfD sehr viel auf. Ja, ist okay. Das tun andere aber ja auch. Auch vor allem ja nicht zuletzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und der ist ja im Grunde in dem Sinne gemeinnützig, weil wir alle ihn eben finanzieren aus der Allgemeinheit. Auch wenn dem Auftrag nicht immer nachgekommen wird. Das ist jetzt eine andere Sache. Aber, also, was bedeutet gemeinnützig und für wen? Also gemeinnützig ist ja Volksverpetzer nur für eine bestimmte Bubble. Dann könnte man ja argumentieren, denn ist ja Tichis Einblick auch als gemeinnützig anzusehen. Weil die bedienen halt ihre eigene Bubble und klären über wie... Ja, oder die Freie Presse Sauerland. Für mich. ...über irgendwelche Verfehlungen aus der linken Seite auf. Könnte man dann ja genauso sagen. Aber ich glaube, da wäre Herr Laschik nicht unbedingt der Meinung, dass das richtig wäre. Also, insofern, der Staat kann ja nicht nach einer persönlichen Weltanschauung entscheiden. Die sind gemeinnützig, weil die haben die richtige Haltung. Und die nicht, weil die haben die falsche Haltung. Das muss ja nach allgemein... Nö, es zeigt eigentlich mal wieder, dass, was ich sehr beruhigend finde, dass der Rechtsstaat da anscheinend noch sehr neutral und, ja, ungefärbt funktioniert. Was ich sehr positiv und über... und ja, nicht wirklich überraschend. Ich hatte nie großes, jetzt irgendwie groß kein Vertrauen in die Rechtsstaat und so weiter. Aber was ich auf jeden Fall gut finde, dass das nochmal so gezeigt wird. ...meinen Regeln organisiert sein. Und ich weiß nicht, was er sich denkt, so etwas überhaupt zu fordern. Das ist eine Schnapsidee, um das mal ganz klar zu sagen. Und dass das überhaupt im Koalitionsvertrag der Ampel drinsteht, habe ich gar nicht gewusst. Das ist ja... Da hätte man eigentlich was... Da hätte man eigentlich einen Beitrag zu machen können. Das ist tatsächlich... Ich würde sagen, instinktiv klingt das komisch. Ich weiß nicht, ob es da Argumente für gibt. Das ist ja völlig absurd. Also gut, dass man das dann doch erstmal sein lässt. Ja, was ich natürlich verstehen kann, ist sein Ärger darüber, dass dieser Entzug der Gemeinnützigkeit rückwirkend ab 2021 gelten soll. Das geht natürlich nicht. Also da sollte man dann schon sagen, okay, lieber Volksverpetzer, du warst bisher gemeinnützig. Bis Juli kannst du das noch bleiben. Aber mach dir schon mal klar, richte dich darauf ein. Ab dann bist du das nicht mehr. Ja, also ich habe jetzt kein großes Mitleid mit dem Volksverpetzer, aber ja, an sich sollte das wahrscheinlich im Vorhinein einfach gesagt werden. Und nicht irgendwie rückwirkend, dass da noch ganz viel nachzahlen muss. Das ist schon ein Punkt, den ich auf jeden Fall besser nachvollziehen kann als den Rest. Also, dass man irgendwie jetzt der Meinung ist, dass man eine gemeinnützige Presse oder so haben sollte. Und das, weil das im Koalitionsvertrag quasi als Vorsatz, als Bestreben drinsteht, dass man jetzt irgendwie schon dieses Recht für sich umgesetzt haben möchte, obwohl das gegen das geltende Recht geht, ist halt lächerlich. Aber jetzt noch von ihm Geld zurückverlangen für die letzten drei Jahre, das ist natürlich... Ja, wie gesagt, Mitleid hält sich in Grenzen, aber ja, es stimmt. Völlig schräg. Und da würde ich ihm auch den Rat geben, dringend juristisch dagegen vorzugehen, weil ich glaube nicht, dass das so einfach vom Staat gemacht werden kann. Ich gebe ihm keine Tipps. Naja, ansonsten, Sie können ja weiterhin Spenden haben und Spenden verlangen. Wir kriegen ja auch ab und zu mal Spenden. So ist es ja nicht. Nur darf der Spender dann die Hälfte nicht mehr von der Steuer absetzen. Ja, gut, okay. Da frage ich mich aber sowieso, was das soll. Also entweder spende ich Geld und spende es oder ich spende Geld und will die Hälfte zurückhaben vom Staat. Finde ich sowieso eine merkwürdige Regelung, dass man das überhaupt von der Steuer absetzen kann. Ja, schlecht geht es Volksverpetzer jedenfalls nicht und die haben auch eine sehr treue Community. Denn einen Tag nach der Bekanntgabe, also nach der Veröffentlichung dieses Videos, was wir gerade in Ausschnitten gesehen haben, kamen bereits 25.000 Euro an Spenden herein. Gab es da jetzt eigentlich auch Verschwörungstheorien von Polytopia und Co., dass sie sagen, ah, es ist glaube ich nur inszeniert, damit die mehr spenden? Also von Dekadent und Co. meine ich. Weil bei Polytopia wurde ja gesagt, das macht der bestimmt nur mit Absicht, um mehr Spenden zu bekommen. Müsste es da nicht auch Verschwörungstheorien jetzt von Karl geben, dass das der Volksverpetzer auch so macht? Ja. Also da seht ihr Leute, es geht euch doch gut, ihr braucht keine Gemeinnützigkeit, ihr werdet auch so gut zurechtkommen. Eure Bubble scheint ja sehr solidarisch zu sein. Und das ist doch viel besser, als vom Staat gegängelt zu werden, ne? Sollte man mal drüber nachdenken. Nee, dann hast du ja was, was du nachlaufen kannst. Da musst du nicht immer eigene Entscheidungen treffen. Das ist viel angenehmer. Außerdem macht es einen ja auch angreifbar, wenn man sozusagen vom Staat gefördert wird und Steuergelder kassiert. Das darf man ja auch nicht vergessen. Korrektiv zum Beispiel bekommt ja Gelder aus dem Staatstopf und ist deswegen auf der Ebene auch angreifbar. Und das bekommt Volksverpetzer in der Tat nicht. Ja, war ganz gut. Ich stimme überein. Also das mit den gemeinnützigen Medien, super komisch. Schreibt eure Meinung mal in die Kommentare. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch diese Reaction gefallen hat. Ja, wir sehen uns.